Musik 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 Auf jeden Fall Boah, hat dieser Baum viele Äste, das ist ätzend Das glaube ich Meine Fresse Dann haben wir auch unseren Dreieingang Okay Ah, da hab ich natürlich jetzt nix mehr von So, das sieht besser aus Das sieht auf jeden Fall besser aus Ne, da So Hm Wie machen wir's denn da? Das ist jetzt ein bisschen schwierig Glas Wand Wand Oh Volles Inventar Glas Hm, Glas, 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 Glas Wand Glas, 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 Glas Oh Das ist ja nicht mehr so schön Aber egal Ah, da guckt man eh nicht so oft hin Wenn man hier reingeht, sieht das gut aus So, da kommt einer hin Da, da, da Da und da Und jetzt kommt da eine hin Und da eine hin So Das sieht doch mal ordentlich aus Hallo Das sieht gut aus Damit bin ich zufrieden Ah, aber wenn man jetzt hier so hergeht Da kann ich nicht nix dran verbessern Oh, shit Nicht Nicht explodieren Bitte Warte, wir machen das anders Wir machen hier auch noch Holz hin Dann sieht das nochmal cooler aus So Zack, 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 zack Ja, so sieht es schön aus Dann haben wir hier jeweils immer so eine Ecke Das finde ich ziemlich cool So Hm, na, sie guckt So Jetzt können wir eigentlich schon das hier machen Und wenn dann gleich Timmy wieder reinkommt Dann wird er überrascht sein, wie geil das einfach noch aussieht Ah, da sind wir doch mal gespannt Und Wow Da ist die Schaufel kaputt Dann kann ich ja da weg, so Okay Was machst du gerade, immer noch die Tribünen? Ja Immer noch die Ecke? Oder was? Ja, generell die Tribünen Okay Möchtest du die jetzt noch größer machen oder willst du die so im Kleinen belassen? Ich lass die so im Kleinen Sind jetzt eins Zwei, zwei, drei, vier, vier rein Und die große hat Boah, vielleicht kann ich das von ihr erkennen Eins Zwei Boah, eins, zwei Zwei, drei, vier, fünf, knapp zehn Würde ich sagen Okay Baue ich vielleicht später noch aus, wenn ich Lust habe, aber ich bin erstmal froh, wenn ich das hier fertig bin Glaube ich Glaube ich Glaube ich Also es ist jetzt nicht so, dass mich das abfuckt, ja die Tribünen zu machen Ich genieße das eigentlich Aber nach der Zeit Es ist eben Viel Ja Viel 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 Okay Okay Ja Jetzt seid die Kohle zu braten Die Kohle? Die Kohle zu braten Die haben wir eigentlich Die Kohle zu ... ... ... ... Ah Ich habe keine mehr Holz mehr. Ich brauche weiteres Holz. Hast du eine Stopper am Laufen? Ja. Wie lange läuft die schon? Muss ich eben gucken. Die läuft, warte, das ist das Bild. 51 Minuten. Sehr gut. Dann bietet es sich ja nicht besser an, in 10 Minuten eine Pause zu machen. Richtig. Weißt du, wie lange die erste war? Die erste auf Lama Session? 2, 3. Ich glaube, 3 von 14 bis 17, glaube ich. Also 3 Stunden. Ich habe kein Holz. Hast du noch Holz? Was für welches? Können wir schlafen gehen? Eichen. Den brauchst du aber. Können wir schlafen gehen? Ja. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Ja. Ich habe dich gesehen. Cool. Auf meinem Hausboot. Jacht. Keine Ahnung, was das ist. Ah. Die Läder, du. Hm. Die Läder, du. 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 Ey, lol. Ich wollte eigentlich Stub abbauen. Jetzt reicht's aber. Dreieinhalb Herzen, jetzt ziehe ich zurück. Äh, ja, ich werde dann mal dein Haus betreten, ich weiß nicht. Ich hätte es lieber auf band, wie ich dein Haus betrete. Die Läder, du, dün, 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 dün. Die Läder. Okay, warte. Ich mach noch ein Snorriks. Das ist der hübscheste Boden, den ich jemals gesehen habe. Kannst du mir den Boden weiterempfehlen? Was ist das? Mahagoni? Marmor? Gold. Dirt. Dirt. Die Dirt. Boah bist du weggefetzt Alter. Krass. Sick. Sick bruh. Sick, sick, sick. Sick bruh. Sick, sick, sick. Boah, ich denke mal das brauchst du hier vorne nicht mehr. Was denn? Gibst du das wenigstens noch wieder? Gibst du das wenigstens wieder? Ey, 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 mach mal halb lang, Alter. Mach mal halb lang, nicht mehr schlagen. Oh, scheiße. Ich wollte Brot essen. So. Ey, jetzt muss ich wieder an der See turnen. Du wolltest Dirt sagen, ne? Aber die ruhig. Die ruhig wahrscheinlich. So. Mikrofon aktiviert. Ähm, wollen wir uns dann jetzt mal eben ansehen, was da unterm Fußballfeld los ist? Äh, ja, können wir machen. Lass uns das doch jetzt machen. Ich will es eigentlich auch wissen. Wir treffen uns da mal eben. Ja, ich wollen die Zuschauer das ja auch wissen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Okay. Ich bin da. Piss dich. So, jetzt mach ich mal eben den Sound laut. Aber ich höre es auch schon so. Okay. Das ist genau hier drunter. Okay. Pass auf, graben wir uns mal. Genau unter uns. Äh. Hast du einen Wassereimer? Äh, nee. Hm, in meiner Kiste. In einer meiner Kisten müssten beide sein. Oh, erstmal schön den Rasen aufreißen, kurz vor Premiere. Ja, da ist halt Lava drunter, hallo. Da ist Lava drunter, aber das ist, wenn da ein Vulkan ist und der alles auslöscht. Und ja, arme Fußballspieler. Die Fußballspieler sind mir scheißegal. Das Stadion ist mir wichtig. Gut. Obst. So, mal sehen. Äh, Wassereimer. Okay. Okay, Stein. Das kam von rechts, oder? Ja, so ein bisschen von hier. Ah, da wird es schon hell. Ah, da ist es doch. Okay. Äh, komm mal hier runter. Ich mache hier Platz. Wo ist es? Äh, hier geradeaus. Äh, ich baue nur das richtige Werk. Fahrzeug. Oh. Alter, ein weiter rechts und wir wären weg. Okay. Okay, was ist er meint? Geh mal weg. Geh mal weg. Ah, okay. Ah, heiß. Okay. Okay. Äh, da ist es. Hörst du noch irgendwas? Mach mal lauter. Ich hätte es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist die Musik was für. Ne, hier ist nichts mehr. Sehr gut. Grab mich hier noch ein bisschen weiter. Du kannst gerne deins weitermachen. Aber hier ist so ein bisschen was, was ich brauche. Frag mich, wo das Licht herkommt von da oben. Okay. Ah, cool. Sehr gut. Dann haben wir das auch schon wieder gelöst. Wow. Ah, da ist noch mehr Lava drunter. Okay. Unter dem Bedrock, der entstanden ist. Äh, Obsidian. Obsidian ist das. Okay. Obsidian. So. Okay. Darunter ist auf jeden Fall noch mehr. Alles klar Ich brauche immer noch mehr Bäume Hier ist doch bestimmt ein riesiges Cave drunter Echt, glaubst du? Wette ich Ich finde Ich denke, dass die Lava dafür steht Aber ich kann mich natürlich auch hart irren Halt, hier sind vier Bäume zusammengewachsen Okay Ah, scheiße Jetzt kann ich mich nicht mehr hochbauen Oh, fuck Kannst du mir eine Spitzhacke runterwerfen? Ja, könnte ich Ich bin immer noch in einem Loch Ach, Mann Das wäre voll super Spitzhacke, Spitzhacke, Spitzhacke Ich glaube, du hast mich hier zugebaut Gut möglich Aber, aus Versehen So 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 Spitzhacke Zack 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 Ich komme Nice Und dir ist noch Lava, ne? Ja 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 Ja, das weiß ich Danke Gut Er ist jetzt nicht in bester Verfassung, aber ich bin ein bisschen komisch damit aus Das ist gut Das ist gut Ei, 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 hier ist aber noch eine Menge Lava Ach, mit Eisen Da Ich habe dich gefunden Du kleiner Schlingel Und dahinter auch noch Ha Ich wusste doch, dass da noch was ist Aua Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Weißt du nicht, wo die herkommt Oh, Mann Geh weg Geh weg Übrigens, morgen kommt ja die erste Minecraft-Folge raus, ne? Ja. Bin ich ja schon gespannt, wie das die Leute auffassen wird. Ja, ich muss grad voll gespannt Holz farben, hallo? Da muss man sich doch voll konzentrieren. Ich freu mich schon drauf, mir das anzusehen. Endlich wieder, ach so gut. Ne, erzähl, erzähl, erzähl. Okay, dann nicht, pö, dann nicht. Ne, das willst du auch nicht haben. Okay. Aua, da kommt auf einmal irgendwas angesprungen. So, Bäume noch pflanzen. Das ist wichtig. Aua. Da ist das Heppling erstmal weg. Wow, zum Spiele, das ist gut. Das ist sehr gut. Da noch einer hin, da noch einer hin und natürlich da auch noch einer hin. Ey, ich kann das... Ich glaub, die Lava hat mein Wasser verschlungen. Ja, könnte gut sein. Boah, das ist ja scheiße. Okay, jetzt einfach nur weiter Lava. Ich kann hier nicht, ich... Quatsch. Hä? Hier sind grad ziemlich viele Monster. Fünf oder sechs auf einmal. Einmal! Einmal aussprechen lassen, das wünsche ich mir von dir. Mehr nicht, du riesen Arschloch. Sorry. Ja, erzähl. Boah, rückt mich das auf der Palme, das ist fürchterlich. Erzähl. Mehr als Lava ist hier nicht. Ich bin fertig. Oh, riesige Monster, sagst du? Und ganz viele? Nee, ich hab's schon ausgesprochen. Ja, ich lass das einfach mal so liegen. Ich kann ja nichts dafür. Du kannst ja nichts dafür, ne? Ich kann ja einfach nichts dafür. Wenn... Genau, wenn du anfängst zu reden, auf einmal... Sechs Monster... Wenn auf einmal sechs Monster kommen. Ich glaube, sehr wohl, dass du was dafür kannst. Nein. Was machst du eigentlich gerade? Immer noch fahren? Fußboden. Fußboden. Fußboden oder Fußboden? Fußboden. Sehr gut. Was sagt die Stop-Uhr? Warte, die sagt, lass mich den Fußboden eben noch fettig machen. Was willst du da eigentlich mit der Tür machen? Wie wär's, wenn du... Ja, keine Ahnung. Pass auf. Oh, hallo, Mr. Creeper! Oh, nein! Na, du hast sogar das Fenster zerstört. Da kann ich ja nichts für. Doch. Nee, da kann ich ja nichts für. Doch. Da kann ich ja nichts für. Doch. Da kann ich ja nichts für. Hast du das gerade hier abgebaut? Ah, nein! Das war ein gruseliger Geist. Warte, ich hab hier noch was. Obwohl, nö, gar nicht. Oder? Hatte ich nicht gerade mal? Na, schon gut. Oder? Na, schon gut. Oder? Hast du noch ein helles Holz, ein, äh, ich weiß nicht, wie es heißt. Buche. Birke. Nein. Birke. Birke. Verast mich andauert, ne? Nein. Weil ich kann nämlich, ich sag Birke, ich sag das richtig. Richtiger kann man es nicht sagen. Deutschland! Ich sag Birke. Du sagst Birke. Du sagst Birke. Hacksacker Birke. Oh, das wird böse. Oh je, oh je, oh je. Hörst du bitte auf damit? Ich hab noch ein funktionierendes Schwert. War das ein Hakenkreuz? Nein, Pascal. So wie ich lebe. Lass uns doch mal schlafen gehen. Können wir machen. Können wir machen. Ja, gut. Was sagt denn die Stoppuhr, Pascal? Die Stoppuhr sagt, es ist Zeit. Es ist Zeit, hier eine Aufnahmepause zu machen. Denn ich muss hart auf Klo. Okay. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Ja, ich auch. Ja, mach dir ab, oder? Okay. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ja, das hast du ja sehr ehrlich bedankt, ey. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Toller Enthusiasmus. Tschüss. Und total ernst gemein. Tschüss. Sagt der da, ey, ich freu dich da so sehr. Danke, dass ihr mich zugesehen habt. Und willkommen und bis zur nächsten Folge von Minecraft. Tschüss.